Die PGA Merchandise Show 2020 ist in den Büchern und wir waren für euch live vor Ort und haben mit den bekannten Herstellern über ihre neuen Produkte gesprochen. Alle Videos dazu findet ihr bei uns im YouTube-Kanal sowie auf golftime.de. Aber heute sind wir hier bei Whole-in-One-Fitting in München und sprechen mit Marco Burger, einem der Gründer, über seine persönlichen Highlights der PGA Show. Ihr setzt auch viel auf so etwas unbekanntere Hersteller aus Fernost, aus Asien. Was gab es da Neues auf dem Markt, wo du sagst, Mensch, das ist mal wirklich wieder eine richtige Neuerung? Ja, also wir arbeiten schon mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Jahre mit dem Hersteller Vega zusammen, der in Japan schmiedet und aus der Samurai-Schmiede kommt, was auch so ein bisschen dieses japanische Wider spiegelt. Also sehr clean, sehr schlicht, sehr gute Stahlqualität, niedrige Toleranzen. Und da ist es spannend, weil da gab es ganz, ganz lang kein neues Eisen oder keine neue Produktlinie. Und jetzt zum ersten Mal gibt es ein komplett neues Lineup für 2020 mit Focus auch mal den Average Golfer mit ins Boot nehmen. Das heißt auch ein bisschen breitere Modelle, aber immer noch in diesem traditionellen Stil. Und das kombiniert mit einer richtig spannenden Driver-on-Holz-Serie, wo auch sehr, sehr viel Carbon mit verarbeitet wird. Also extrem leicht, extrem verstellbar und genau diesen Durchschnitts-Golfer anspricht. Du hast gerade den Driver angesprochen, natürlich das Steckenpferd für alle Golfer. Die wollen weiter schlagen, die wollen gerader schlagen. Gab es da einen Driver, der dir besonders gut gefallen hat? Ja, ein auch ganz kleiner Hersteller. RW-Design kommt von auch einem jungen Mann aus Taiwan, der in der Golfindustrie sehr bekannt ist, weil er viele Co-Entwicklungen für große Hersteller macht als Ingenieur und jetzt eben seine eigene Linie hat. Hat mit Pata irgendwann mal angefangen, sehr erfolgreich. Dann gab es Wedges und jetzt gibt es irgendeinen Driver. Und auch wieder sehr speziell, weil der Driver ist sehr, sehr viel leichter oder kann sehr, sehr viel leichter werden als ein normaler Kopf. Bis zu 40 Gramm weniger, was extrem viel ist. Oder eben auch schwerer. Das heißt, zum ersten Mal ist es möglich, da wirklich viel zu variieren. Und es gibt eine sehr große Spanne an Gewichtsschrauben um den Kopf herum, was den Kopf sehr träge, sehr komfortabel macht. Also im Endeffekt sieht man da jetzt eine analoge Technologie oder einen Ansatz, wie das bei Eisen in den letzten Jahren jetzt vorangegangen ist. Und was man auf der PGA-Show gesehen hat, ist Klamotten, Kleidung wird immer größer, funkiger Outfits mit verrückten Designs. Was ist dir da so besonders ins Auge gestochen? Ja, mittlerweile kann man sagen, ja fast die Hälfte der Messe macht Kleidung, Zubehör aus. Und ja, da sieht man natürlich die ganzen großen Player wie Adidas, Puma, Ralph Lauren und so weiter. Aber auch ein paar kleine. Und einen haben wir wieder getroffen, jetzt glaube ich das dritte Jahr auf der Messe. Bad Birdie machen total verrückte Shirts in vielen verschiedenen Farben mit etwas moderneren Look auch. Das heißt, da sind Früchte oder irgendwelche Burger auf den Shirts drauf. Und es läuft super in den USA. Brutal wie kreativ, weil es gibt wirklich so eine Riesenauswahl. Und dann wird jetzt auch gesagt, wir schauen mal, wie offen da eigentlich der deutsche oder europäische Golfer für ist. Mal ein paar testweise bestellt, gucken, wie der Markt da reagiert. Und falls positiv, können wir uns da durchaus vorstellen, das auch mal hier langfristig anzubieten. Bevor wir jetzt hier angefangen haben, hast du mir von Mitsubishi erzählt, die einen neuen Shaft gelauncht haben, aber nicht auf der PGA Show vor Ort ausgestellt haben. Warum war das so? Und was hat der Schaft Besonderes an sich? Wir können ihn gerne mal anfassen. Genau. Haben wir hier gleich hinten dran. Im Endeffekt, Mitsubishi ist mit Abstand der größte Schaftersteller im Markt und hat auch die größte Präsenz auf der Tour. Deswegen absolut nicht relevant, auf die Messe zu gehen, weil es kein Mitnahmeprodukt ist. Ein einzelner Schaft kauft sich in der Regel keiner spontan, sondern die haben ihre Händler, die haben ihre Accounts. Dennoch ist es für mich eins der Produkt Highlights 2020, weil es gab schon lange nicht mehr Schäfte, die wirklich so leicht sind. Wir kommen beim Driver Shaft auf um die 30 Gramm runter und dabei bedienen wir eben genau diesen Golfer durchschnittlicher Spieler, hat Geschwindigkeit verloren, sucht nach Schlagweite, kämpft mit einer Rechtskurve, also mit einem Slice, braucht maximale Unterstützung vom Shaft und das gibt es jetzt für die komplette Range, also von Eisen über Hybrid Fairway-Hölzer-Driver. Und ja, gab es einfach schon lange nicht mehr, dass es da so einen großen Sprung gab und auch wirklich mit der Qualität, dass ich nicht Angst haben muss, dass der abbricht oder mir wirklich die komplette Präzision verloren geht. Und jetzt müssen wir dich natürlich auch noch fragen von den großen Herstellern. Gab es da irgendein Produkt, was dich überrascht hat vielleicht sogar? Ja, überrascht. Ich würde sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die meisten Produkte, ganz egal, ob große oder kleine Hersteller, schon vor der Messe gelauncht sind, teilweise Monate davor, so dass ich eigentlich am Ende jeden Kopf schon mal in der Hand hatte, den ich dort gesehen habe, am meisten auch schon geschlagen habe. Sprich, dieser Wow-Effekt ist so ein bisschen weg, weil es ist auch immer schön und spannend, was Neues zu sehen. Und darüber hinaus muss man sagen, dass fast jeder große Hersteller mittlerweile sehr, sehr gute Golfschläger produziert. Das heißt, auch die Unterschiede werden immer kleiner. Aber ich glaube, was alle verstanden haben, es gibt eine sehr große Nachfrage nach komfortablen Schlägern, nach Schlägern, die verstellbar sind, wirklich anpassbar auf den einzelnen Spieler. Und da insgesamt die Golfschläger einen Ticken teurer geworden sind im Markt, gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten. Und da wurde, glaube ich, insgesamt ein ganz guter Job gemacht, egal ob Eisen oder Driver. Super, vielen Dank für deinen Einblick in die PGA Merchandise Show 2020.